Hi, Willkommen. Ich darf euch heute was über Beton erzählen und vor allem weil, was dieser Satz darunter soll, warum der Hightech steht und 2300 Jahre alt. Und das ist bei Beton tatsächlich relativ spannend. Man wird jetzt meinen, das ist einfach nur ein Stein und da sind so ein paar Sachen drin und man weiß relativ gut, wie das funktioniert und das hat man alles mittlerweile raus und das ist überhaupt nicht mehr spannend. Dem ist halt überhaupt nicht so. Da steckt vieles von den Prozessen, die darin vorgehen in Beton, hat man auch überhaupt nicht verstanden. Da ist ganz, ganz viel aktive Forschung dran. Das ist ein super spannendes Thema und genau, das versuche ich euch jetzt mal so ein bisschen aufzuzeigen und ich wollte noch so viel mehr in diesen Vortrag packen, aber ich habe nur eine Stunde Zeit und ich will euch auch nicht irgendwie überfordern, weil ich glaube, an der Hochschule haben wir da mehrere Semester dafür Zeit, diesen Stoff aufzuarbeiten und das ist dann vielleicht auch irgendwann einfach ein bisschen zu viel für so einen Vortrag. Vielleicht kurz zu mir. Ihr kennt mich vielleicht eher von den Vorträgen zu Sounddesign und Ableton und Gitarrenbau und wie man Kaffee mit Lachgas herstellt. Warum erzähle ich heute was über Beton und was qualifiziert mich überhaupt dazu? Ja, ich studiere das tatsächlich. Also ich studiere Bauingenieurwesen und musste das natürlich im Rahmen des Studiums lernen und ich habe jetzt, mache gerade meinen Master und habe vor kurzem den theoretischen Teil für einen E-Schein bestanden. Der E-Schein ist eine Bescheinigung, die man braucht, wenn man etwas komplexere, anspruchsvollere Bauwerke mit Beton planen möchte. Also zum Beispiel alles, was massige Bauteile sind, da muss man ein bisschen mehr Engineering in den Know-how reinstecken und dafür braucht man diesen E-Schein, damit man das überhaupt machen darf. Massige Bauteile fangen so bei 50 bis 60 Zentimeter Durchmesser an. Kann man sich vorstellen, da kommt man relativ schnell hin. Das ist vielleicht nicht mehr im Einfamilienhaus so, aber bei Ingenieurbauwerken passiert das sehr, sehr schnell. Genau, um den E-Schein zu kriegen, muss ich jetzt noch irgendwie fünf Jahre Praxis nachweisen und dann darf ich genau diese Sachen halt auch tatsächlich planen. Und in dem Rahmen habe ich mich halt sehr viel damit beschäftigt und ich dachte, ich versuche jetzt mal so ein bisschen davon rüberzubringen und einfach so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass da tatsächlich ziemlich viel vorgeht und ziemlich viel Forschung passiert und dass das eigentlich ein sehr, sehr spannender Fachbereich ist. Weil, keine Ahnung, ich habe darüber so ein bisschen getwittert und dann meinten die Leute irgendwie immer so, ja, da packst du halt ein bisschen Zement, ein bisschen Wasser, Kies und Sand rein und wenn es nicht hält, dann muss man noch einmal reinpinkeln und dann funktioniert das alles. Und das ist vielleicht okay, wenn du irgendwie das Fundament für deinen Carport gießt, dann kann das immer noch funktionieren, aber wenn du irgendwie Hängebrücken baust oder Hochhäuser in Frankfurt, nein, dann macht man das alles ein bisschen anders. Das ist auch ein brisantes Thema, weil die Zementindustrie produziert 6 bis 9 Prozent aller CO2-Emissionen, die menschgemacht sind. Das sind 2,8 Millionen Tonnen pro Jahr. Das ist nicht besonders nachhaltig. Das Problem ist aber, dass es auch noch keine Alternativen gibt, weil das tatsächlich einfach immer noch der beste Werkstoff ist, den wir haben. Es gibt ganz viel Forschung und Alternativen, aber die performen halt alle nicht so gut und die funktionieren alle nicht so gut. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen, um zu verstehen, wie Beton funktioniert, um Alternativen zu finden, die nicht so viel CO2 produzieren in dem Prozess der Herstellung. War das da vorne eine Frage? Ah, ob das CO2 wieder reingeht. Also die Frage war, ob das CO2 auch wieder reingeht. Zu teilen, ja, durch Karbonatisierung und so, aber in der Bilanz sieht das nicht gut aus. Das will die Zementindustrie, versucht einem da immer was anderes zu erzählen. Man versucht ja auch relativ viel mit Recycling mittlerweile zu machen. Also dass man Beton, der abgebrochen wurde, wieder als Gesteinskörnung für Beton, den man neu produziert, benutzt. Ist ein spannendes Thema. Ist halt schwierig, weil man nie genau weiß, was jetzt in diesem alten Beton drin war und das muss man dann entsprechend aufbereiten, brechen und sieben und dann meistens ummantelt man dieses Bruchmaterial dann, um das halt weiterverwenden zu können. Ist aber auch natürlich eine super Herangehensweise. Einfach Beton wieder zu recyceln. Funktioniert auch ganz okay. Ist momentan noch so ein bisschen in der Forschung. Bauindustrie ist immer total konservativ. Also wenn irgendjemand eine super Idee hat, dann dauert das meistens so 10 bis 20 Jahre, bis das dann tatsächlich mal umgesetzt wird. Effektiv, weil jeder hat, weil, naja, Bauwerke sollen irgendwie 50 bis 100 Jahre halten und jeder hat halt natürlich irgendwie Angst, das zu gewährleisten, dass die Bauwerke tatsächlich so lange halten, wenn man die ganzen, wenn man das noch nicht kennt, was man da eingesetzt hat und noch keine Langzeiterfahrungen hat. Und dann dauert das immer eine Weile, bis das mal jemand umsetzt und bis man dann eben da das Selbstbewusstsein hat, daran weiter zu arbeiten. Trotzdem habe ich aber noch so ein bisschen Historie drin, weil ich irgendwie auch geschrieben habe, 2300 Jahre alt, woher kommt diese Zahl? Sodass die ersten Vorkommnisse, die so in die Richtung gingen, war bei den Pyramiden. Da gab es schon Kalkstein, das war 10.000 Jahre vor Christus, der bei ungefähr 800 Grad gebrannt wurde. Also es war noch kein richtiger Zementklinker, das war auch noch, das war halt auch noch kein Beton, weil da fehlen Zusatzstoffe, aber es waren immerhin schon quasi Kunststeine aus Kalkstein, der bei 800 Grad ungefähr gebrannt wurde und dann zu Kalziumoxid, Kohlenstoffdioxid umgewandelt wurde und dadurch entsteht halt dieser Kalkstein. Da gehe ich aber gleich noch mal genauer drauf ein, wenn ich das im Beton erkläre, was das für eine Reaktion ist, weil im Prinzip funktioniert die da genau gleich. Wir brennen dann nur auf höheren Temperaturen. Und ja, das kennen wahrscheinlich irgendwie die meisten, das Pantheon, was so 228 nach Christus fertiggestellt wurde. Und das war auch so der Höhepunkt des Opus Zementitium bei den Römern, 300 vor Christus, da kommt auch die Zahl her, weil das war so das erste, wo man wirklich sagen kann, da wurde, das kann man als Zement bezeichnen, das kommt relativ nah an das dran, was wir auch heute kennen. Hat sich natürlich sehr weiter, sehr viel weiterentwickelt, aber das ist so diese historische Landmarke. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum hält das Ding immer noch und warum haben wir so viele Probleme mit modernen Betonbauwerken? Naja, Beton ist gut bei Druck, richtig gut bei Druck und eigentlich auch nur bei Druck. Und von der Geometrie her, das ist eine Kuppel und durch diese Kuppelgeometrie ist das Gebäude genau dort, wo sich eh so ein Druckbogen ausbildet. Das heißt, das Gebäude trägt durch die Geometrie einfach nur über Druck. Das kann der Beton gut, das heißt, da ist gar kein Stahl drin und dadurch kann das Ding einfach so lange halten, weil über die Zeit wird Beton einfach nur härter. Der härtet immer, immer weiter nach. Und von daher stehen diese Gebäude auch noch. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. 1759, das Eddstone Lighthouse, da wurden dann auch mal so ein bisschen weitergehende wissenschaftliche Untersuchungen gemacht. Und da hat man dann so langsam, da kommen wir jetzt wirklich so zu dem wirklich modernen Zement. Ja, da wurde sich mal angeguckt, wie verhalten sich eigentlich die Aluminate im Zementstein, wie viel Wärme entsteht da, was spielt die Wärme da für eine Rolle. Es ist eine exotherme Reaktion, die Hydratation, wenn der Zement aushärtet. Und da hat man sich das einfach mal genauer angeguckt und auch schon über Erstachungsregelungen nachgedacht, E-Screen-Git-Bildung, da gehe ich gleich nochmal im Detail drauf ein. Aber da wurde sehr, sehr viel dran geforscht und da wurde auch schon, wurde der Zement dann auch schon, der Kalkstein auch schon über 1500 Grad gebrannt. Und da sind wir dann auch, also dann kommen wir schon sehr nah an moderne Sachen, an modernen Beton, an modernen Zement. Und das ist vielleicht noch ganz interessant, die Spannbetonbrücke von Eugene Frégenet, 1946, 55 Meter Spannweite. Da, was man bei Spannbeton macht, ist, man legt Stahl ein und spannt den vor, um die Zugspannungen, die in dem Querschnitt entstehen würden, zu überdrücken. Und dann beansprucht man den Beton wieder nur auf Druck, wo er halt besonders gut ist. Und ja, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, der ganz interessant ist. Also Spannbeton, es wird heute auch immer noch sehr, sehr viel gemacht, weil man eben dadurch die positiven Eigenschaften von Beton ausnutzen kann. Sieht man hier auch nochmal ganz schön in diesem Diagramm. Also das ist so ein zweiaxialer Druckversuch. Und also hier sind zwei Achsen Druck. Und man sieht halt schön, Druck nach hier unten hin ist der Beton ziemlich gut. Zug nach hier oben nicht so wirklich. Es sind ungefähr 10 Prozent der Druckfestigkeit, die der Beton in Zugfestigkeit aufnehmen kann. Wenn wir so, wenn wir rechnen, also wir setzen selten die Zugfähigkeit bei Berechnungen von Beton an. Eigentlich fast nie. Das lohnt sich nicht. Wir gehen immer davon aus, dass wenn da Zug drin ist, dass der Beton direkt aufreißt. Also Mikrorisse und Rissverteilung auch nochmal so ein Thema für sich. Aber wir gehen einfach davon aus, der Beton kann gar keinen Zug aufnehmen, weil die Spannungen so groß sein werden, dass sie die auf jeden Fall überschreiten. Und deswegen legen wir in die Querschnitte unten Stahl ein. Dort, wo der Zug entstehen würde. Hier ist ein Moment drauf. Hier oben ist Druck. Hier unten ist Zug. Und dann geht eben die Zugkraft in den Stahl. Und hier oben bildet sich so eine Druckzone aus im Beton. Und dann habe ich zwei Baustoffe miteinander kombiniert. Und die wirken beide in den Bereichen, wo sie besonders gut sind. Stahl im Zug und Beton im Druck. Und das ist auch so ein bisschen die Krux, warum Bauwerke, moderne Bauwerke nicht mehr so lange halten. Denn Stahl hat zwei Feinde. Chlorid und Luftfeuchte. Chlorid tritt immer dann auf, wenn ich irgendwie Chlorid in den Beton eintrage und der zum Stahl kommt. Dann korrodiert der Stahl. Also er verrostet quasi. Dafür muss ich die natürlich erstmal eintragen. Deswegen ganz großes Problem. Tausalze oder Schwimmbäder. Muss man eben ganz genau darauf achten. Da hat man eben diese Einwirkungen. Und der zweite Feind ist halt eben die Karbonatisierung. Denn was den Stahl im Beton schützt, ist die Passivierung des Betons um den Stahl herum. Der Beton bildet ein alkalisches Milieu aus. Das heißt, wir haben da ungefähr einen pH-Wert von 12,5. Und solange dieser pH-Wert stabil ist und solange das so bleibt, passiert dem Stahl nichts. Das ist alles sicher. Aber wenn jetzt Feuchte und im Besonderen, wenn die Feuchte kommt und wieder geht. Das heißt, wenn ich immer einen Wechsel zwischen nass und trocken habe, dann ist das am schlimmsten, weil dann drückt sich das immer weiter rein. Wenn es feucht ist, habe ich quasi einen Schutzfilm. Aber wenn es wieder raus geht und wieder reingeht, dann kann sich das immer weiter voranarbeiten. Und was dann passiert, ist, dass durch einfach den CO2 in der Luft und der Feuchtigkeit eben genau hier der Kalkstein sich wandelt. Kalkstein entsteht im Zement, was für den Beton super ist, weil der Kalkstein, der dabei entsteht, der ist super hart. Der hat eine viel höhere Festigkeit. Der Beton nimmt zu, aber an Festigkeit zu. Der trägt dadurch einfach nur noch mehr. Das Problem ist aber, dass der pH-Wert dadurch sinkt. Und dadurch verlieren wir die Passivierung des Betons. Deswegen spricht man auch von der Depassivierung. Das heißt, der Stahl ist nicht mehr geschützt. Und jetzt kann ich einfach darüber, wie viel Betondeckung ich habe, also das heißt, wie viel Beton habe ich über dem Stahl, kann ich so ungefähr steuern, wie lange mein Bauteil halten wird. Das Problem ist, das sind Prozesse, die sind schwer abzubilden. Die hängen immer von vielen, vielen Faktoren ab. Deswegen sind das meistens Erfahrungswerte, die dort angesetzt werden. Aber da spielt natürlich jetzt auch Wirtschaftlichkeit eine große Rolle. Und das heißt, wir wählen die Betondeckung eigentlich so aus, dass Gebäude genau so lange halten, wie es vom Bauherrn gefordert ist. Und für Ingenieurbauwerke ist das in der ZDVIn gefordert für 100 Jahre und in der Norm für 50 Jahre. Normale Hochbauten. Das heißt, Wirtschaftlichkeit bedeutet auch, dass ich ein Bauteil, ein Bauwerk so konzipiere, dass es wirklich nur so lange hält, wie es auch genutzt werden soll. Und deswegen halten unsere Bauwerke nicht mehr 2.300 Jahre. Einfach, wir könnten sie so bauen, aber das wird niemand zahlen wollen. Und die Frage ist halt auch, unsere Welt entwickelt sich mittlerweile etwas schneller als bei den Römern. Wollen wir in 100 Jahren nicht vielleicht einfach ein neues Gebäude bauen, weil wir viel bessere Technologie haben. Da vorne war glaube ich noch eine Frage. Also die Frage war, ob es Ansätze gibt, den Stahl zu ummanteln, damit er nicht mehr korrodieren kann. Ja, gibt es, ist alles zu teuer. Also es gibt auch Bewährungsstäbe, also du könntest auch Edelstahl einbauen. Wird auch an manchen Stellen dann so als Detaillösungen gemacht, ist halt auch schweineteuer. Und du hast dann das Problem, dass du Edelstahl am Baustahl anschließen musst. Und auf der Baustelle darfst du eigentlich nicht schweißen. Und Edelstahl, verschiedene Stähle miteinander verschweißen, ist alles schwierig. Was man zum Beispiel in der Karlsruher U-Bahn gemacht hat, man hat Plastik, also man hat tatsächlich Plastikbewährung benommen. Das lag aber hauptsächlich daran, dass die Tunnelbohrmaschine da durchbrechen musste und die mit Stahl nicht so gut klar kam und durch das Plastik, was etwas spröder ist, kommt sie halt relativ gut durch. Das ist aber auch das Problem, dass es einfach zu teuer ist. Also wenn ihr irgendwie euch den Porsche oder den Ferrari unter den Häusern kaufen wollt, macht das. Das Ding hält dann halt quasi ewig, aber ist halt einfach zu teuer. Deswegen macht man das meistens nicht. So, reden wir doch mal darüber, was in so einem Beton eigentlich drin ist. Also früher war Beton quasi ein Dreistoffgemisch. Moderner Beton ist meistens ein Sechsstoffgemisch. Und selbst daran merkt man schon, dass sich da echt viel getan hat, dass sich das sehr, sehr weit entwickelt hat. Einfach daran, wie viel Chemie wir da mittlerweile reinbringen, wie wir anfangen, diesen Werkstoff zu steuern. Also wir haben natürlich Zement, Wasser und Gesteinskörnung. Das ist eben Zement, Wasser und der Kies und der Sand, was man so kennt. Und dann gibt es noch Zusatzstoffe und Zusatzmittel. Die Unterscheidung ist hauptsächlich, dass Zusatzstoffe hydraulisch reagieren. Die brauchen Wasser und die tragen auch meistens was zur Festigkeit bei. Und Zusatzmittel sind meistens chemische Mittel, die verschiedene Sachen im Beton regeln. Zum Beispiel Flugasche hier. Die setzt man ein, wenn man zum Beispiel bei hochfesten Betonen, wenn man eine dichte Matrix haben will oder wenn man dichte Betone herstellen will. Das ist ein Abfallprodukt aus der Müllverbrennung, aus Wärmekraftwerken, aus Steinkohleabbau. Das ist super, weil dort ist das Abfall. Wir können das im Beton super gut verwenden, weil das einfach dazu sorgt, dass wir weniger Zement reinmachen müssen, um die gleiche Festigkeit zu erreichen. Aber Flugasche reagiert nicht exotherm. Das heißt, wir kriegen dadurch die Hydratationswärme aus dem Beton raus. Ich glaube, da vorne war noch irgendwo eine Frage. Was Zement ist, da komme ich gleich drauf ein. Ich wollte erstmal den Überblick machen und dann gehen wir noch sehr ins Detail, wie Zement funktioniert und wie der hydratisiert. Im Prinzip ist es eigentlich nur gebrannter Klinker. Fließmittel ist so das, was man am häufigsten mittlerweile im Beton findet. Einfach dadurch, dass früher hat man nur über den Wassergehalt die Konsistenz vom Beton steuern können. Das Problem ist, dass man aber relativ wenig Wasser reinmachen will in modernen Beton. Deswegen muss man eben auf chemische Mittel zurückgreifen, dass er immer noch bearbeitbar ist und nicht einfach nur eine plastische Pampe, die nicht mehr fließt und nicht mehr gegossen werden kann. Sehr spannend auch dann bei selbstverdichtenden Betonen, die man nicht mehr rütteln muss oder so. Die gießt man einfach ein und die fließen so gut, dass sie einfach in jede Ecke reinfließen, sich selber verdichten und verteilen. Es ist auch eine Kunst, das herzustellen. Das Problem ist immer bei diesen Fließmitteln, bei diesen chemischen Mitteln, dass da viel Interaktion mit den restlichen Stoffen im Beton passieren kann und man das sehr gut testen muss. Es ist schwer vorherzusagen, das ist eigentlich das Problem. Luftporenbildner wird auch sehr gerne eingesetzt, zum Beispiel für Leichtbeton, einfach damit man Luft reinbekommt, damit das mit die Dichte runtergeht oder auch um den Dämmwert zu erhöhen, weil Beton hat eine relativ hohe Dichte von ungefähr 2,5 so um den Dreh und wenn man jetzt natürlich große Luftporen reinmacht, dann hat man Luft mit einer viel, viel geringeren Dichte und dadurch dämmt es natürlich wesentlich besser. Das Problem ist nur, für ein Prozent Luftporen verliert man ungefähr sieben bis zehn Prozent Festigkeit. Das ist echt viel und das ist auch ein Problem. Also da muss man sich darüber bewusst sein und wir werden nachher einen Beton entwerfen, der hat Luftporenbildner drin und dann werden wir sehen, wie wir das hinbekommen, das wieder zu kompensieren, aber da muss man echt drauf achten. Wo man auch gerne Luftporenbildner einsetzt, es hat noch zwei weitere Vorteile eigentlich. Das eine ist, wenn man Beton pumpen will, dann wirken die Luftbläschen wie so Kugellager, das heißt der Beton fließt sehr gut durch die Pumpen durch, das ist so ein positiver Nebeneffekt und um kapillare Saugen zu unterbrechen, wenn man Beton hat, der Frost ausgesetzt ist. Das Problem ist, die Kapillarporen sind sehr fein und die fangen irgendwann an, Feuchtigkeit aufzusaugen und in den Beton zu transportieren und wenn das dann gefriert und die sich ausbreiten, dann sprengen die den Beton auf. Wenn ich jetzt Luftporen da drin habe, dann fangen erstmal unterbrechend die Luftporen das Kapillare Saugen, weil die viel größer sind und zum zweiten füllen die sich meistens nicht komplett oder zumindest habe ich wesentlich mehr Volumen im Beton, das ich ausfüllen kann und wenn es dann gefriert, dann füllen sich erstmal diese Luftporen auf und so kann ich Beton machen, der auch unter Frost noch sehr gut funktioniert. So, Zement. Wer von euch hat schon mal Zement im Baumarkt gekauft? Oh, relativ viele sogar. Sehr cool. Das war bestimmt so ein Drittel gerade, das die Hand gehoben hat. Da stand wahrscheinlich irgendwie sowas in dieser Richtung drauf. Wem ist denn bewusst, was all diese Buchstaben und Zahlen zu bedeuten haben? Okay, da ging gerade keine Hand mehr hoch. Dann ist es gut, dass wir jetzt darüber reden. Das bedeuten die nämlich. Das erste ist die Zementart. Da zeige ich gleich noch eine Tabelle. Das sind dann verschiedene Klinker, die dort eingesetzt werden und auch verschiedene Zusammensetzungen, die der Zement haben kann, verschiedene zusätzliche Stoffe neben dem Klinker. Und die zweite Zahl ist die Festigkeit. Die Festigkeitsklasse. Und das dritte ist eigentlich das wirklich Interessante. Also hier, da kann ich variieren. Dann sehen wir gleich, da gehen wir in ein Diagramm rein und gucken wir, ob wir die Festigkeitsklasse vom Beton, die wir haben wollen, erreichen. Wenn das nicht klappt, dann geben wir im Zement einfach eine Festigkeitsklasse höher. Der einzige Unterschied, wie ich die Festigkeitsklasse erhöhe im Zement, ist im Endeffekt der Malgrad. Wenn ich den feiner male, dann wird der reaktiver und dadurch kriege ich eine höhere Festigkeit, weil ich mehr Oberfläche im Zement habe. Geschwindigkeit funktioniert ähnlich. Die steuere ich aber meistens über den Aluminatanteil. Die Krux an der Sache bei der Geschwindigkeit ist, ich will mein Bauwerk natürlich möglichst früh fertig haben. Das heißt, ich möchte, dass der Beton möglichst schnell seine Frühfestigkeit erreicht, damit ich ihn ausschalen kann und weiterbauen. Das Problem ist aber, wenn ich eine hohe Geschwindigkeit habe, habe ich auch eine hohe Wärmeentwicklung beim Aushärten des Betons. Und gerade, wenn ich massige Bauteile habe, kann das sein, dass die Temperaturdifferenz im Bauteil so groß wird, dass der Beton beim Aushärten schon aufreißt, weil Spannungen aus der Temperaturdifferenz entstehen. Und da werde ich gleich noch mal ein bisschen mehr im Detail darauf eingehen. Also die Geschwindigkeit ist ein sehr wichtiger Parameter, den man steuern muss. Und die variiert man auch je nach Jahreszeit, in der man Beton gießt. Denn Beton, man verändert einen anderen Beton im Winter als im Sommer. Und das ist so eine Tabelle von den Zementen, die in Deutschland verfügbar sind. Oder zumindest genormt. Die werden wahrscheinlich nicht alle verfügbar sein. Da muss man dann mit seinen Lieferanten sprechen und gucken, was man da bekommt. Aber man sieht jetzt hier so diese Hauptkategorien eben nach Zementart, also nach Klinkern sortiert. Den ZEM1, ZEM2, ZEM3 bis ZEM5. ZEM1 ist super, der hat quasi nur Portland-Zement-Klinker und dann so ein paar Nebenbestandteile. Da weiß ich genau, was ich kriege. Das ist top. Deswegen ist der auch schweineteuer. Und deswegen hat er, weil da nur Klinker drin ist, habe ich auch das Problem, dass der eine sehr hohe Wärmeentwicklung hat. Und ja, das ist eine Frage. Was ist der Klinker? Das ist gebrannter Kalk. Ja, die Folie habe ich aus dem Vortrag rausgenommen, weil ich dachte, das geht zu sehr ins Detail. Vielleicht hätte ich sie doch drin lassen sollen. Aber vielleicht kann ich da am Ende nochmal genauer drauf eingehen. So, und jetzt sehen wir hier diese ganzen Zusatzstoffe, die noch im Zement selber drin sind. Und hier die Anteile. Und da muss ich jetzt natürlich mit meinem Lieferanten absprechen. Wenn ich meinen Beton selber herstelle, kann das sein, dass die alle irgendwie mit anderen Bestandteilen und chemischen Zusatzstoffen in meinem Beton irgendwie interagieren. und da muss ich dann eben gucken, was ich bekomme. Und man macht, wenn man eine neue Betonrezeptur herstellt, immer eine Erstprüfung. Man geht ins Labor, gießt den Beton einmal und guckt, ob man die Werte erreicht, ob der überhaupt funktioniert. Und hier unten, zum Beispiel dieser ZEM2BM, man sieht jetzt hier schon, dass 35% nehmen Bestandteile. Man weiß nicht, was da genau drin ist. Da wird der Lieferant einfach das nehmen, was gerade billig ist oder das, was er da hat. Und da muss man sich schon fragen, wenn ich den jetzt herstelle, mit diesem Zement und prüfe und dann in zwei Wochen den gleichen Zement nochmal bestelle, kriege ich dann überhaupt den gleichen Zement? Oder sind die Bestandteile anders? Und funktioniert dann mein Beton noch? Deswegen, wenn es kritisch ist, nimmt man lieber hochwertigere Zemente hier, die teurer sind, aber wo ich dann auch genau weiß, was drin ist. So, ich habe eben schon angesprochen mit den Aluminaten, dass man darüber die Frühfestigkeit steuern kann, aber auch die Hitzeentwicklung bekommt. Und hier ist jetzt einfach mal aufgezeichnet, also Zement reagiert exotherm, das heißt, er setzt Energie frei, wenn er hydratisiert. Und was diesen Energieanteil, die Wärmeentfläche steuert, sind eben diese Aluminate, die im Zement drin sind. Und hier sieht man nochmal, wie viel Energie da eigentlich pro Gramm freigesetzt wird. Das kann man eigentlich ignorieren, weil das kann man nicht so gut steuern, aber die Aluminate, das ist ein Regler, an dem man drehen kann. Das heißt, wenn ich ein nicht massiges Bauteil habe, zum Beispiel in Fertigteilwerken wird das gerne eingesetzt, weil da habe ich meistens schlanke Bauteile und ich möchte sehr, sehr schnell ausschalen, weil ich quasi wie am Fließband arbeiten möchte. Da setze ich dann ein Zement, ein Zem 1 mit sehr viel Aluminatanteil ein. Der hat eine sehr schnelle Festigkeitsentwicklung, wird auch sehr heiß, ist aber kein Problem. Meine Bauteile sind schlank, die Wärme wird schnell nach außen abgegeben. Genau, aber beim massigen Bauteil muss ich dann eben aufpassen, wegen der Temperaturdifferenz. Und das kann schon mal für eine Temperaturdifferenz von 50 Kelvin zu 50 Kelvin führen. Wenn mein Bauteil sehr massig ist und die Temperaturentwicklung adiabatisch ist, das heißt, kann nicht wirklich nach außen abgegeben werden durch die Schalung. Und dann macht man auch schon mal, also das nächste Problem ist im Winter, wenn ich dann zu langsamem Zement werde, wird mein Beton auch nicht warm genug, davon zerniert meine Chemie nicht mehr. Das heißt, da will ich wieder diese Wärmeentwicklung drin haben, damit der Beton sich quasi selber aufwärmt und auch vernünftig aushärtet und dieser ganze Prozess einfach funktioniert. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann muss man den Beton eben heizen, abdenken, nachbehandeln und alles, was der Bauherr sieht, wenn er diese Worte hört, ist Geld. Das ist alles schweineteuer. Oder was man im Sommer auch schon mal macht, wenn man Transportbeton hat, man kippt Eiswasser mit rein, damit er sich eben in der Trommel auf dem Weg zur Baustelle nicht zu weit aufheizt und dann nicht mehr richtig funktioniert, wenn er eingebaut wird. Also gibt es auch Grenzwerte, bis zu welcher Frischbetontemperatur darf ich Beton überhaupt noch einbauen, damit eben diese ganze Chemie noch funktioniert. Genau. So, und jetzt gehen wir einfach mal ins Detail, wie dieser ganze Erhärtungsprozess überhaupt funktioniert. Was passiert da eigentlich? Also für mich, ich habe im Studium ganz, ganz lange immer nur gehört bekommen, ja, der Beton, der Zement hydratisiert, der wird warm und dann wird er fest. Und ich habe mich immer gefragt, was, aber wie? So, was passiert da eigentlich? Für mich war so ein bisschen die Erleuchtung, also was mir wirklich geholfen hat, das zu verstehen, waren so ein paar Rastelektronen-Mikroskop-Bilder, die ich gleich zeigen werde, von den einzelnen Verbindungen, die dabei entstehen und wie die eben dazu beitragen. Das kann man sich bildlich dann relativ gut vorstellen. Und wir unterscheiden den, also wir unterteilen den Prozess des Aushärtens des Betons eigentlich in Ansteifen, da entsteht der Zementleim, das ist hier unten, das sind so 0 bis 6 Stunden, da bilden sich langsam so kleine Etringit-Nadeln aus, dann das Erstarren, da bildet sich Zementgel, dann sind wir hier in diesem Bereich, da bilden sich dann langfrasigere Calcium-Silikathydrate, so hexagonale Strukturen aus, und dann ganz am Ende reden wir vom Erhärten, der Zementstein, das ist dann so nach 24 Stunden und 28 Tage, also man misst Beton auch immer auf die 28-Tage-Festigkeit, das ist da, wo man die Festigkeit bestimmt, darauf hat man sich geeinigt. Da sprechen wir dann wirklich vom Erhärten und da bilden sich dann eben langfaserige Calcium-Silikathydrate-Kristalle aus, die dann wirklich, wo die Fasern ineinander greifen und der Beton nun wirklich erstarrt und zu einem festen Stein wird. Und dann härtet der sein Leben lang natürlich immer noch weiter aus, allein dadurch, dass CO2 eingetragen wird und sich weiterer Zementstein bildet. So, und so sieht das dann aus, das sind diese kleinen Kristalle, die sich bilden. Beim Ansteifen sieht man hier eigentlich ziemlich gut, die greifen noch nicht wirklich ineinander, aber die Struktur steift halt so langsam an, wird ein bisschen schwieriger zu bearbeiten. Genau, das ist dann das Erstarren, eben diese hexagonalen Strukturen, die sich da ausbilden und dass es dann das Ertring gibt. Diese langen Nadeln beim Aushärten, die wirklich ineinander greifen und dieses ganze Gefüge stabilisieren. So, jetzt haben wir den Zement. Braucht natürlich Wasser. Ohne Wasser funktioniert das Ganze nicht. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, wie viel Wasser auf wie viel Zement müssen wir denn in Beton überhaupt reinpacken. und da gibt es eben diese schönen Walzdiagramme heißen die. Da finden wir hier wieder die Festigkeit und die Geschwindigkeit wieder, wobei das hier sich hauptsächlich auf die Festigkeit bezieht, von dem Zement, den wir verwenden. Und dann sehen wir halt hier eben die Korrelation zwischen Endfestigkeit, die wir erreichen wollen, Zement und Wasserzementwert, den wir brauchen, um diese Festigkeit zu erreichen. Und wenn wir Flugasche reinnehmen, dann müssen wir noch die Flugasche anrechnen, weil die zieht uns halt Wasser raus. Dieser Faktor 0,4% heißt, 40% der Flugasche, Masse an Flugasche, die wir reintun, packen wir noch Wasser dazu, weil die Flugasche eben auch Wasser bindet und das Wasser würde sonst im Zement fehlen. Bei Bohrfallbeton ist der Wert 0,7. Jemand vielleicht eine Idee, warum? Okay, Bohrfallbeton hat die Eigenschaft, dadurch, dass es so eine Säule ist, wenn ich so einen Bohrfall gieße und dadurch, dass der meistens relativ viel Feinanteile hat und doch noch relativ viel Wasser, einfach durch die typischen Zusammensetzungen, fängt er sehr schnell an zu bluten. Das heißt, Beton, wenn er blutet, kann er sein Wasser nicht mehr halten und gibt das ab. Und deswegen erhöhe ich diesen Wert, damit ich einfach mehr Wasser im Beton drin habe und das korreliert irgendwie mit der Flugasche. Deswegen rechnet man das da drauf auf diesen Faktor und dann betoniere ich Bohrfehler auch meistens immer ein bisschen höher. Gehe davon aus, der blutet eh aus. Oben habe ich Beton, der erreicht die Festigkeit gar nicht, weil da ist viel zu viel Wasser da. Das ganze Gefüge funktioniert nicht mehr so richtig und trage das dann einfach oben, den Teil, der kaputt ist, wieder ab und habe dann unten immer noch einen Beton, der relativ gut funktioniert. Genau, aber hier haben wir eben diese Korrelation quasi aus Erfahrungswerten zwischen Wasser, Zement. Und hier sieht man auch schon, also wir landen hier relativ schnell, wenn wir so bei üblichen Betonen gucken, bei Wasser, Zementwerten bei 0,5, 0,5, 5, 0,4, sowas hätte man früher gar nicht verwenden können, weil der fließt nicht mehr wirklich richtig. Der ist super schwer zu verarbeiten, da brauchen wir wirklich Fließmittel. Also früher sahen diese Kurven auch alle ein bisschen anders aus. Das ist alles empirisch und die ermittelt man dann im Labor und guckt dann eben, wie funktioniert momentan überhaupt Beton und was wird da eingesetzt. Und so, Wasser-Zementwert. Es gibt einen idealen Wasser-Zementwert, der ist 0,4. Das liegt einfach daran, bei 0,4 habe ich genauso viel Wasser drin, wie der Zement braucht zum Hydratisieren. Das heißt, wenn die Hydratation abgeschlossen ist, ist mein kompletter Zement hydratisiert und ich habe nur noch Kapillarporen und Zementgel. Ich habe keinen nicht hydratisierten Zement mehr drin und keinen großen Anteil an Kapillarporen. Wenn ich mehr Wasser reinpacke, in diese Richtung hier gehe, dann bekomme ich Kapillarporen, weil Wasser übrig bleibt, irgendwann wieder verdunstet und da bleibt dann eben Porenraum zurück. Und das ist dann problematisch, weil die Kapillarporen ziehen halt eben Feuchtigkeit von außen an und dann sind wir wieder beim Frostschutz und so weiter. Ich kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, dann wird der Beton schwerer zu verarbeiten, aber wie wir sehen, haben wir hier den nicht hydratisierten Zement, was einerseits gut ist, weil Zement hat eine hohe Festigkeit, andererseits gut, weil wenn dann nochmal Wasser reinkommt, dann hydratisiert der nach. Das heißt, ich habe da, wenn ich sehr, sehr dichten Beton herstellen möchte, dann gehe ich meistens in Richtung niedrigere Wasser-Zement-Werte, muss dann aber den Preis zahlen, indem ich Fließmittel einsetze, damit man den überhaupt noch bearbeiten kann. So, also nochmal zusammengefasst, Zement und Wasser, wir wählen die Zementart aus, wir wählen die Festigkeit aus, wir wählen die Geschwindigkeit aus, je nachdem, was für eine Wärmeentwicklung wir haben wollen oder wir tolerieren können, das hängt dann von unserer Bauteilgeometrie ab. Damit steuern wir die Hydratationswärme. Mit dem Wasser-Zement-Wert steuern wir die Dichtigkeit und die Festigkeitsentwicklung. Da hatten wir dieses Diagramm, dass wir diese Korrelation herstellen können, das brauchen wir nachher für einen Entwurf. Genau, und das steuert auch die Dichtigkeit. Nächster Punkt ist Gesteinskörnung. Gesteinskörnung ist eigentlich relativ kurz. Das basiert auf diesem Sphere-Packing. Also die Idee ist, wir haben einfach Kugeln, wir legen die zusammen, wir haben dann Räume, die übrig bleiben. Das heißt, wir legen die nächst kleineren Kugeln rein, dass dieser Raum genau ausgefüllt wird. Funktioniert in der Theorie super, klasse Mathematik, macht Spaß. Hat jemand schon mal genau runde Steine in der Natur gesehen? Nee. Deswegen gibt es einfach normative Anforderungen an Gesteinskörnungen, dass die nur in ihrer Geometrie bis zum gewissen Grad abweichen dürfen, damit dieses Modell einfach immer noch funktioniert. Und genau, das sorgt halt auch dafür, dass es halt noch gut verarbeitbar ist. Und halt auch, dass es eine gute Stabilität liefert nachher. Also wenn sich das alles schön genau so dicht packt, dann funktioniert die Kraftübertragung im Beton. Alles liegt schön dicht. Der Zement ist nur noch dazwischen als Kleber und dann ist alles super. Und das funktioniert auch relativ gut. Und dann können wir das eben steuern. Wir können das quantitisieren durch solche Sieblinien. Hier sind jetzt mal so ein paar Sachen aus der Natur, die man findet, aufgezeichnet. Also wir haben halt hier verschiedene Siebe und hier tragen wir den Durchgang auf. Da hat man dann einfach so eine Siebsäule, rüttelt das, guckt, wie viel bleibt wo liegen. Und danach stellt man das wieder zusammen und dann kann man eben so eine Sieblinie erzeugen. Da gibt es meistens A, B, C. Die ist dann noch definiert durch das Größtkorn. Komme ich gleich noch zu. Und A, B und C haben einfach unterschiedliche Feinanteile zu unterschiedlichen Grobanteilen. Und so definiert man dann einfach seine Sieblinie und seine Gesteinskörnung. Größtkorn definieren wir hauptsächlich deswegen. Das ist ein Wert, den mir meistens der Stärkern liefern muss, weil wie soll ich da noch Beton reinkriegen? Da kann ich eigentlich nur noch Wasser und Zement reingießen, aber Gesteinskörnung kommt dann nicht mehr durch. Und hier wird es dann auch schon schwer. Da muss man sich auch irgendwann überlegen, funktioniert das überhaupt noch als Stahlbeton? Habe ich da noch eine komplette Ummantelung von Beton, vom Stahl und eine Kraftübertragung zwischen den beiden Baustoffen? Aber der Tragwerksplaner, der Statiker, muss mir dann nachher sagen, wie dicht liegen seine Bewährungseisen und wie groß ist das größte Korn, was da noch durchpasst, was ich einsetzen darf in meiner Sieblinie. Und da muss ich dann eben darüber, über diesen Parameter das steuern. Und dann kann ich natürlich auch noch verschiedene Gesteinskörungen verwenden. Also so ein schön weich gewaschener Reinkies funktioniert natürlich anders als so ein schönes Bruchmaterial, was irgendwie ein Flint ist oder so. Das hat natürlich eine viel bessere Verzahnung in der Betonmatrix nachher. Da kann man auch ein bisschen Engineering betreiben. Also so eine Gesteinskörnung liefert meistens einen deutlich dichteren Beton, einfach weil die Verzahnung besser funktioniert, eine bessere Kraftübertragung, wenigeres Entwicklung. Und die Lagerung ist auch sehr wichtig. Da gibt es auch Normen, weil wenn die Bäume zu nah hier drankommen, dann fallen irgendwann die Blätter in diesen Haufen rein. Dann habe ich auf einmal biologisches Material in meiner Gesteinskörnung und dann ist die nicht mehr raumbeständig, weil biologisches Material zersetzt sich und dann fällt mein Beton quasi in sich zusammen, einfach weil da eine Volumenänderung stattfindet. Apropos Volumenänderung. Wer möchte raten, was für ein Versagensmechanismus das war? Jemand eine Idee? Gefrieren? Nein, und genau das ist das Problem, weil Gefrieren hätte ich jetzt auch gesagt, wenn mir jemand das Bild so zeigt, wird wahrscheinlich fast jeder erst mal sagen, das ist ein Frostschaden, ganz klar. Das Problem ist, es ist kein Frostschaden und bis vor so ungefähr 30 Jahren wusste man auch noch gar nicht, dass das gar kein Frostschaden ist, weil man diesen Versagensmechanismus noch nicht kannte. Das ist eine Alkalikiesesäure-Reaktion gewesen. Was da passiert, ist, dass wenn man Gesteinskörnung verwendet, die einen hohen Anteil an Siliziumdioxid-Ionen hat, an Siliziumdioxid und die mit diesen Ionen in der Porenlösung, im Beton, die entstehen einfach bei der Hydratisierung, zusammenkommen und dann noch Feuchtigkeit dazu kommt, dann entsteht so ein Gel aus dieser Alkalikiesesäureaktion und dieses Gel hat eine sehr hohe Volumenzunahme und das kriegt man mit der Festigkeit von Beton einfach nicht mehr im Griff. Da entstehen so große Kräfte, es springt einfach alles auf und da gibt es eigentlich auch nur zwei Möglichkeiten, um das in den Griff zu kriegen. Man kann NA-Zemente nehmen, das sind Zemente mit einem niedrigen Alkaligehalt, dann entstehen einfach nicht so viele von diesen Ionen oder man tauscht einfach die Gesteinskörnung aus, man muss dann eine andere Gesteinskörnung nehmen. Es ist ganz interessant, weil das auf vielen Autobahnen, bei vielen Straßen passiert ist, weil man es einfach nicht wusste. Man kannte halt dieses Versagen noch nicht und es ist auch ziemlich schwer zu sanieren. Genau, also Gesteinskörnung, wir haben diese Sieblinien, wir legen das Größtkorn fest, die Sieblinien definieren dann auch so ein bisschen wie mit diesem Sphere-Packing, wie ist das Verhältnis der Anteile der Kugeln der verschiedenen Größen. Das Größtkorn sagt mir der Statiker, was ich da verwenden darf, die Raumbeständigkeit ist wichtig, keine organischen Materialien will ich da drin haben und AKR muss ich auch beachten, das heißt, ich muss einfach gucken, wo kommt meine Gesteinskörnung her, könnte die problematisch sein. Also die Frage war, ob es auch andere Zusatzstoffe statt Stein gibt, also zum Beispiel Glasfaser. Ja, gibt es, müssen wir uns auch mehr mit beschäftigen, weil uns gehen die Gesteinskörnungen aus. Das ist auch eine endliche Ressource. Deswegen auch Recyclingbeton. Da benutzt man dann eben alten Beton als Gesteinskörnung. Glasfaser benutzt man nicht als Gesteinskörnung. Die Zeit wird echt knapp. Wir können, also ich würde vorschlagen, wir gehen nachher vielleicht noch auf die Wiese, dann kann ich noch ein bisschen was zu Spezialbetonen erzählen. Das sind auch Betone, also Glasfaser und Steilfaserbetone sind Spezialbetone. Das hat leider nicht mehr reingepasst. Aber das sind dann nochmal Zusatzstoffe, die man halt reinpackt, aber nicht als Ersatz für die Gesteinskörnung. Was man vielleicht schon mal macht, bei Leichtbeton, Blähton-Kügelchen einzusetzen. Also quasi das, was man auch in Blumenkästen reinpackt, nur dass es eben zertifiziert ist und genormt und geprüft. Und das macht man dann, um Gesteinskörnung zu ersetzen, durch eine leichtere Gesteinskörnung, um eben die Dichte zu senken, für Leichtbetone. Genau. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal eine Mischungsberechnung für einen Beton und dann gehen wir einfach das, was wir gerade gelernt haben, nochmal alles einmal durch und dann haben wir am Ende ein Rezept und dann, keine Ahnung, machen wir vielleicht nächstes Jahr einfach einen Workshop und prüfen den Beton mal. Ein Kumpel von mir meinte schon, wir reißen jetzt einfach die Decke von der Tiefgarage im ZKM ab und gießen die einfach neu und dann machen wir daraus den Workshop. Aber ich glaube, wir sollten das Gebäude besser behandeln als das. Genau, das sind jetzt so die Eingangsparameter hier. Das sind die Sachen, über die wir uns Gedanken machen, die alle einen Einfluss darauf haben, wie wir den Beton entwerfen. Also Ort. Wo brauchen wir den Beton? Wo kriegen wir ihn her? Wir haben in Deutschland ein sehr, sehr gutes Netz von Transportbetonwerken. Das heißt, eigentlich ist es kein Problem, Beton in unter 90 Minuten an die Baustelle zu bekommen. Wir haben eben gesehen, mit diesem Erhärtungsverhalten, ab 90 Minuten muss ich Verzögere einsetzen. Die schämen mich dafür sorgen, dass eben sich nicht diese Verbindungen ausbauen, dass der Beton anfängt anzusteifen. Wenn ich unter 90 Minuten bleiben kann, muss ich da nichts machen. Das ist alles super. Dann funktioniert der Beton noch. Dann kann ich ihn einbauen. Wenn ich sehr, sehr große Massen an Beton verbaue, also wirklich große Massen, dann nehme ich auch keine Transportbetonwerke mehr, sondern baue mir ein Betonwerk vor Ort auf der Baustelle selber und produziere den da direkt. Und dann habe ich das Problem natürlich auch nicht mehr. Aber wir haben tatsächlich ein sehr, sehr gutes Netzwerk in Deutschland. Wir haben auch sehr, sehr guten Beton. Das merkt man auch in den Sicherheitsfaktoren. Die sind in Deutschland noch mal sehr weit runtergesetzt, weil wir einfach sehr viel Forschung und sehr viel Überwachung in unserem Beton gesteckt haben. Und dadurch ist er halt sehr hochwertig. Dann müssen wir uns die Jahreszeit überlegen. Also machen wir das Ganze jetzt im Winter oder im Sommer. Ich habe jetzt hier einfach mal den Sommer ausgewählt. Also das würden wir gleich rausgehen und den gießen. Es ist relativ warm. Das heißt für uns natürlich niedrige Geschwindigkeit wählen, damit wir wenig zusätzliche Wärmentwicklung haben. Im Winter hätten wir dann wahrscheinlich einen Zement genommen mit einer höheren Geschwindigkeit. Vielleicht auch einen ZEM1, der sehr, sehr viel Klinker enthält, damit er halt auch viel Wärme entwickelt. Wie bauen wir den ein? Wenn wir das mit einer Pumpe machen, das ist eigentlich üblich, gerade bei so einer tiefgeraten Decke wird man den wahrscheinlich pumpen. Dann müssen wir eine S-förmige Sieblinie nehmen. Das hat sich einfach bewährt, dass S-förmige Sieblinien zu einem Beton führen, der sehr, sehr gut pumpbar ist, der sehr, sehr schön fließt. Genau. Müsste man dann halt auch einfach im Labor noch mal gucken. Also wenn man den Beton dann entworfen hat, da kann man dann Tests machen und sich das einfach mal angucken, wie fließt der Beton. Wenn nicht, dann muss ich da vielleicht noch mal ein bisschen an ein paar Parametern drehen. Das nächste ist, was habe ich für ein Bauwerk? Ich habe jetzt einfach mal gesagt, der Startiker hat gesagt, die Decke ist 30 Zentimeter dick. Würdet ihr das jetzt als massiges Bauteil bezeichnen oder nicht? Ich sehe Köpfe werden geschüttelt. Ja, das ist so gerade die Grenze. Die Norm würde sagen, das Ding muss erst mal doppelt so dick werden. Bei 30 Zentimeter würde ich mir jetzt vielleicht schon mal anfangen, Gedanken zu machen. Also man muss jetzt noch keine großen Maßnahmen vielleicht ergreifen, aber bei 30 Zentimeter würde ich jetzt vielleicht nicht mehr den schnellsten Zement verwenden. Da wäre ich dann einfach ein bisschen vorsichtig. Aber genau, das ist noch nicht so kritisch, dass wir da jetzt an Verzögerer denken müssten vielleicht sogar oder vielleicht sogar noch Flugasche reinmachen, um weniger Zement verwenden zu müssen oder so. Das ist noch im Rahmen. Dann haben wir natürlich eine Festigkeitsklasse, die wir erreichen müssen. Also eine Druckfestigkeit. Die liefert uns auch der Statiker, die rechnet der aus. Und diese Schreibweise, also C steht für Concrete. 35 und 45 sind Werte für Newton pro Quadratmillimeter Druckfestigkeit nach 28 Tagen in Wasserlagerung. Das heißt, ich mache einen Würfel, lagere den im Wasser, schale den irgendwann aus und dann packe ich den in eine Presse rein und gucke, was für eine Festigkeit erreiche ich. Wir haben jetzt zwei Werte dort, weil es einmal den Versuch gibt für Zylinder und einmal für Kuben. In Deutschland verwenden wir eher Kuben, eigentlich auch in fast dem Rest von Europa, außer ich glaube in Frankreich. Deswegen steht da dieser Wert noch. Generell, europäische Normung ist einfach nur eine Landschaft aus Kompromissen. Und da kommen dann eben solche Sachen zustande. Früher hieß Beton in Deutschland dann einfach B45. So, und genau, der Unterschied in der Festigkeit kommt im Endeffekt zwischen Zylinder und Kubus, könnte man jetzt meinen, ist es der gleiche Beton, wir müssen auf dieselbe Festigkeit kommen. Der Unterschied ist einfach die Oberfläche, weil wenn ich den zusammendrücke, dann habe ich ja oben quasi so ein Interface zwischen Beton und meiner Platte, die drückt und die Reibung dazwischen hält den Beton so ein bisschen zusammen. Und die Reibung ist natürlich höher, weil ich eine höhere Oberfläche habe bei Zylindern, bei Kuben als wie bei Zylindern. Deswegen gibt es da diese Unterschiede. Genau. Ja, genau, dann brauchen wir noch eine Konsistenzklasse. F4 ist jetzt auch üblich dafür, wir wollen den ja einbauen und nicht mehr groß verdichten müssen und F4 ist auch super, es lässt sich super verarbeiten. Aber bei F4 müssen wir auf jeden Fall schon Fließmittel einsetzen. Also es gibt verschiedene Konsistenzklassen und ab einer bestimmten muss man Fließmittel einsetzen, das ist vorgeschrieben, das kriegt man sonst einfach nicht mehr anders in den Griff. Was jetzt F4 bedeutet, ist im Endeffekt die Konsistenz von Beton genormt. Normung hat meistens, also in dem Fall hat es nichts mit einfach nur damit zu tun, dass ich einen standardisierenden Prozess habe, mit dem ich das messen kann, damit ich vergleichbare Ergebnisse erzeuge. Was man da macht, ist man hat so eine Platte mit einem Scharnier und hier hinten ist so ein Winkel, dass man die nur bis zum gewissen Punkt hochziehen kann und dann gießt man einfach in einem genormten Behälter Beton ein, lässt den kurz stehen, zieht den hoch und dann zieht man ein paar Mal an dieser Platte, lässt die runterfallen und dann wisst man, wie weit sich der Beton ausgebreitet hat. Und dadurch, wenn man das immer alles gleich macht, hat man natürlich vergleichbare Werte und anhand dieses Ausbreitungsmaßes teilt man das dann in solche Klassen ein. Ich habe die gerade nicht im Kopf, ich könnte sie nachgucken, aber es geht einfach nur um Vergleichbarkeit, das ist eigentlich egal. F4 ist halt eigentlich sehr gut verarbeitbar. Und jetzt ist der Punkt, wo wir über Expositionsklassen reden müssen. Ich habe versucht, das ohne hinzukriegen, aber das würde nicht so gut funktionieren und das ist auch eigentlich vielleicht eine ganz gute Idee, darüber zu sprechen, weil wir dann auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie so ein Entwurf funktioniert und wie Beton sich auch so ein bisschen entwickelt hat. So eine Expositionsklasse ist eine Normung dafür, was für Einwirkungen in meinem Beton ausgesetzt ist. Und eigentlich ist das ein total super System. Es ist am Anfang vielleicht ein bisschen viel, aber wenn man ein paar Mal damit gearbeitet hat, ist das eigentlich ziemlich super. Man hat einfach Tabellen, wo Einwirkungen drehen stehen, verschiedene, dann kann ich mir halt überlegen, muss man sich manchmal auch ingenieursmäßig Gedanken machen, was da überhaupt sinnvoll ist anzusetzen und dann bekomme ich solche Klassen, wie zum Beispiel XF für Exposition Class, Freeze, Frost, Frostangriff. Jetzt gibt es hier, ich glaube, 1 bis 4 oder 1 bis 5 Klassen. Wir landen hier relativ hoch, weil, was haben wir? Wir haben eine Tiefgarage, da fahren Autos rein, die bringen Tauwasser mit. Da klebt Eis dran und das Schlimmste ist, da ist auch noch Taumittel mit drin. Taumittel ist sowieso immer ganz aggressiv, das wollen wir eigentlich alles gar nicht haben, das ist super fies. Das heißt, der Beton wird wahrscheinlich eine hohe Wassersättigung erfahren und deswegen müssen wir den gegen Frostangriffe eben schützen, damit eben sowas nicht passiert, dass das Wasser eindringt, es gefriert und sprengt den Beton auf. Das heißt jetzt, wir landen in dieser Klasse und nachher finden wir in einer anderen Tabelle dann Anforderungen, die wir erfüllen müssen, um diese Klasse zu erfüllen. Das heißt, irgendwann hat man sich einfach mal Gedanken gemacht und gesagt, hey, wir haben da Versagensmechanismen und die treten immer wieder auf. Manchmal haben wir die in den Griff bekommen. Wie haben wir das denn geschafft? Was ist der Mechanismus dahinter? Lass uns das mal in so ein System packen und das man halt schön abarbeiten kann. Also eigentlich eine super Sache. Und bei unserer Tiefgaragendecke haben wir natürlich auch noch das Problem, durch diese Taumittel tragen wir natürlich auch Chloride mit in den Beton ein. Das heißt, wir landen hier bei XD3 auch wieder das Schlechteste, weil die wird natürlich wahrscheinlich irgendwann mal wieder trocknen und dann wieder feucht und wieder trocknen und wieder feucht. Das ist natürlich ein Problem. XM, das sind mechanische Beanspruchungen, die sind bei Autoreifen nicht ganz so schlimm. Also es ist einfach nur ein bisschen verschleißt. Da geht es dann hauptsächlich über den Haftzug, über die Oberflächeneigenschaften vom Beton, dass da halt eben kein Abrieb stattfindet und der halt oben stabil bleibt oben drauf. Und XC4 Korrosion, da geht es eben wieder um die Karbonatisierung. Das hatten wir ja eben, diese beiden Feinde des Stahls. Also hier geht es jetzt darum, den Stahl in dem Stahlbeton zu schützen, bei diesen beiden Klassen. Und da haben wir auch wieder das Fieseste, was man sich vorstellen kann, wechselnd nass und trocken. Das heißt, wir müssen jetzt richtig arbeiten. Wir müssen unsere Beton, wir müssen ein paar Werte anpassen, um das zu erreichen. Was man sich jetzt hier natürlich auch noch, wo man sich jetzt hier auch noch Gedanken machen muss, ist, was für eine Betondeckung wählen wir? Wie viel Beton über dem Stahl brauchen wir eigentlich, um die Dauerhaftigkeit festzulegen? Das habe ich jetzt mal nicht hier drin, weil da geht es um die Bauteilgeometrie. Wir entwerfen jetzt nur den Beton. So, das heißt hier nochmal unsere Expositionsklassen. Und jetzt fangen wir einfach mal an mit der Mischungsberechnung. Als erstes sucht man sich eigentlich immer eine Sieblinie raus. Ich habe jetzt hier einfach mal AB 32 genommen. Ich sage einfach mal, der Statiker hat mir gesagt, Größ-Korn 32 wird funktionieren. So viel Platz habe ich zwischen der Bewährung. Also super. Hier die verschiedenen Korngruppen, 0 bis 2 Millimeter, 2 bis 8, 8 bis 16, 16 bis 32 und dann hier eben die Anteile daraus, dass das eben so eine schöne S-förmige Kurve ergibt. Und wir landen jetzt hier zwischen, die sind jetzt hier anders nummeriert, aber das ist A und das ist B und wir landen jetzt genau dazwischen. Und wenn ich das jetzt so einem Lieferanten schenke, dann kann er mir genau diese Gesteinskönnung auch zusammenstellen und liefern. Das funktioniert. So, Grenzwerte. Jetzt sind wir wieder bei den Expositionsklassen und die liefern uns jetzt verschiedene Grenzwerte. Um diese Anforderungen einzufüllen, an die Dauer zu erfüllen, an die Dauerhaftigkeit, bekommen wir einen maximalen Wasser-Zementwert, eine minimale Festigkeit, die wir erreichen müssen, einen minimalen Zementwert und vielleicht noch zusätzliche Anforderungen. Bei den dreien, jemand eine Idee, worauf alle dreißig auswirken, was da die Idee dahinter ist? Es ist alles Dichtigkeit. Im Endeffekt ist es hauptsächlich Dichtigkeit, was man damit erreichen will. Höhere Festigkeitsklasse führt dazu, dass sich andere Parameter wieder ändern, die den Beton dichter machen. Also im Endeffekt versucht man, also ich meine, beim Wasser-Zementwert ist es relativ klar, was der macht. Also wenn ich einen geringeren Wasser-Zementwert habe, dann wird mein Beton natürlich dichter, weil ich weniger Kapillarporen habe. Und das sehen wir jetzt auch. Wenn wir uns jetzt angucken, aus welchen Expositionsklassen da welche Anforderungen kommen, klar, der Chlorideintrag liefert uns den Grenzwert für den Wasser-Zementwert. Ansonsten hätte es wahrscheinlich hier, der ist gar nicht so hoch für Korrosion, da wird dann eher die Betondeckung der ausschlaggebende Faktor. Ah ja, hier bei XF dann auch bei dem Frostschutz, weil wir einfach einen dichten Beton wollen, dass das Wasser nicht so gut eindringen kann und uns den aufsprengt. Festigkeit, aber das ist jetzt für uns gar nicht so problematisch, weil die Festigkeitsklasse hat uns eh der Statiker gewählt. Wenn das jetzt problematisch werden würde, dann müssten wir eine Festigkeitsklasse höher gehen, einfach allein um die Dichtigkeit zu erreichen, um die Dauerhaftigkeit des Betons gewährleisten zu können. Dann bekommen wir eine Anforderung daran, wie viel Zement wir minimal einbauen müssen und für Frostschutz, wir haben eben darüber gesprochen, kapillare Saugen zu unterbrechen. Wir kriegen die Anforderung, dass wir 5% Porenvolumen, also Luftporen herstellen müssen. Das heißt, 5% das kriegen wir nur noch mit Luftporenbildner hin. Das heißt, wir müssen nachher darauf achten, dass wir Luftporenbildner einbauen. Ah, auf was sich das MinZ bezieht. Okay, das ist gut, dass du das fragst, weil für mich ist das völlig klar. Es bezieht sich immer auf einen Kubikmeter. Also generell, so eine Berechnung macht man immer bezogen auf einen Kubikmeter, auch diese Porenvolumen. Das sind immer Werte, die sich auf einen Kubikmeter beziehen, dass man es nachher schön hoch skalieren kann oder runter skalieren kann. Genau. Ja, dann können wir jetzt eigentlich unseren Zement auswählen. Ich habe jetzt hier einen Zem2BS gewählt. ist eigentlich egal. Also da guckt man dann einfach mal, was ist verfügbar überhaupt. Was bekomme ich? Das ist natürlich einer, der jetzt nicht so eine große Streuung hat. Das Wichtige ist, es ist ein Zem2. Also der ist nicht so hochreaktiv. Der besteht noch aus was anderem außer Klinkern. Das ist keiner, der 95% Klinker enthält. Das heißt, der hat nicht so eine hohe Wärmeentwicklung. Haben wir jetzt erstmal diese Festigkeit gewählt. Ob wir damit hinkommen, sehen wir dann gleich. Und natürlich N, also einen mittelschnellen Zement. Keinen schnellen, kein R, kein Rapid. Und 370 Kilogramm. Mindestanforderung war 320. Aber das ist eben auch genau der Punkt. Das ist eine Mindestanforderung. Man will immer ein bisschen höher gehen. Und das nächste Problem ist, wir haben 5% Porenvolumen. Wir werden Luftporen. Wir werden wahrscheinlich 30 bis 50% unserer Festigkeit verlieren durch diese Luftporen. Und deswegen packt man dann mehr Zement rein, um eben wieder die Festigkeit hochzukriegen. Das ist jetzt erstmal so ein Ansatz. Das sind Erfahrungswerte. Ob das hinhaut, muss man dann einfach im Labor prüfen und gucken, ob das funktioniert. Genau. Jetzt haben wir den Zement. Jetzt können wir uns den Wasseranteil ausrechnen. Dazu müssen wir jetzt erstmal auf die Festigkeit. Das waren diese 45 Newton pro Quadratmillimeter. Da kommt nochmal ein Sicherheitswert drauf. Das sind 6 bis 10 Newton pro Quadratmillimeter, wenn man drauf rechnet. Ich habe jetzt hier 6 genommen, weil wie gesagt, in Deutschland haben wir sehr, sehr gute Betonindustrie. Wir haben einen sehr, sehr guten Beton. Wir können da ruhig den niedrigsten Wert nehmen, denn wir wollen auch keine Überfestigkeit. Das bringt dann wieder andere Probleme mit sich. Deswegen gehen wir da schön weit runter. Und dann kriegen wir da eben einen Wert raus. Den müssen wir nochmal umrechnen, weil dieses tolle Walzdiagramm hier mit Trockenlagerung funktioniert und diese Werte sich auf Nasslagerung nach europäischer Norm beziehen. So, und dann bekommen wir eben diese Festigkeit im Walzdiagramm, die wir erreichen müssen. Das heißt, wir gehen hier rein, gehen rüber, gehen auf unseren 42 5 N. gehen runter und landen bei einem Wasserzementwert von 0,46. Und wir sehen auch, also 0,46, wir werden diese Festigkeit hier sehr wahrscheinlich mit diesem Zement erreichen. Wir brauchen nicht höher gehen in der Festigkeitsklasse. Und aus XD3 hatten wir eh die Anforderung, dass wir 0,45 nehmen. Das ist sehr nah dran. Also nehmen wir einfach 0,45. Das wird wahrscheinlich funktionieren. Da werden wir wahrscheinlich auf diese Festigkeit kommen. Genau, dann können wir uns unseren Wasseranteil ausrechnen. Wir haben ja keine Flugasche drin, deswegen ist das total einfach. Das fällt einfach hier weg. Wir können einfach die 0,45 mit den 370 Kilogramm Zement multiplizieren und dann bekommen wir unseren Wasseranteil draus. Und jetzt wissen wir schon, wie viel Kilogramm Wasser für einen Kubikmeter Beton wir reinpacken müssen. Nicht ganz. Wir hatten zwei Zusatzmittel drin. Wir haben Fließmittel und wir haben Luftporenbildner. Und den bezieht man meistens einfach auf die Zementmasse. Wie viel wir jetzt tatsächlich brauchen, müssen wir einfach gucken, welchen wir da haben. Das sind dann Herstellerangaben. Aber solche Werte sind schon üblich. Aber die würden wir dann im Labor jetzt auch nochmal anpassen, wenn wir einfach sehen, wir halten irgendwelche Sachen nicht ein. Das wäre jetzt erstmal so ein, aber schon mal ein guter Startwert, um zu gucken, was passiert. Und jetzt sehen wir hier, bei Fließmittel sind wir über 3 Liter. Das heißt, das Fließmittel müssen wir wieder aufs Wasser anrechnen, weil Fließmittel kommen, diese ganzen Mittel, die kommen immer in der Suspension. Das heißt, die bringen wieder Wasser mit. Und wenn ich das nicht rausrechne, habe ich nachher zu viel Wasser im Beton drin. Und dann kriege ich eben wieder das Problem, dass ich wieder Kapillarporenbeton bekomme und dann erreiche ich diesen Frostwiderstand nicht. So, das heißt hier ziehen wir einfach diese 4,4 Kilogramm geteilt durch die Dichte. Die ist immer so etwas über 1. Und ich meine, also wenn man mal ein bisschen hin und her rechnet, so viel macht das dann auch wieder nicht aus. Also wir messen ja, wir gehen ja nicht mit einer Pipette hin auf einen Kubikmeter Beton unter das Wasser. Genau. Dann kommen wir eben auf 162 Kilogramm. So, was uns jetzt noch fehlt, ist die Gesteinskörnung. Und weil das die letzte Variable ist, die uns fehlt, können wir da einfach relativ gut nach auflösen. Das ist die sogenannte Stoffraumgleichung. Das ist quasi das Herzstück von so einem Betonentwurf. Wir haben hier den Zement geteilt durch die Dichte, das Wasser durch die Dichte, Fließmittel, Gesteinskörnung plus Luftanteil muss nachher ein Kubikmeter ergeben. Das ist unsere Unbekannte, nach der lösen wir auf. So, das heißt, wir setzen hier einfach ein, irgendwie meine Dichte angenommen, die für Zement üblich ist. Wasser sollte klar sein. Und dann geht das hier weiter, 5% Porenvolumen, was wir nachher, Luftporen, was wir nachher erreichen wollen. Und dann bekommen wir eben diesen Wert für die Gesteinskörnung raus. Der ist jetzt hier nochmal durch die Dichte geteilt, weil die Gesteinskörnung hat sehr wahrscheinlich eine unterschiedliche Dichte für verschiedene Korngruppen. Und wenn wir das aber so auftragen, können wir das relativ einfach ausrechnen. Wir haben hier unsere Korngruppe, wir haben diesen Wert, nachdem wir gerade aufgelöst haben, wir haben den prozentualen Anteil, wir haben diese 35, 10, 20, 35, das war diese S-förmige Sieblinie, die wir uns ausgesucht hatten. Und dann eben mit der Dichte multipliziert bekommen wir dann eben die einzelnen Anteile der Korngruppen. Und das könnte ich mir jetzt einfach so bestellen und dann zusammenkippen und dann kriege ich da Beton raus. Und hier nochmal aufaddiert, das ist eigentlich eine Zahl, das ist einfach nur nochmal zum Sanity-Check, das sieht aber ganz gut aus. Noch eine kleine Anmerkung, Gesteinskörnung ist nie ganz trocken. Die bringt auch nochmal Wasser mit. Also was wir jetzt eigentlich machen müssten, wäre im Labor die Feuchte von der Gesteinskörnung bestimmen, gucken, wie viel Wasser ist das, wieder einen Schritt zurückgehen, das von dem Wasser, was wir hinzugeben, abziehen und dann bekommen wir natürlich wieder einen anderen Wert für die Gesteinskörnung raus. Das heißt, und dann müssten wir eigentlich anfangen zu iterieren, aber erfahrungsgemäß nach einer Iteration kann man abbrechen, weil so viel Wasser kommt dann nicht mehr raus. Aber man müsste sich jetzt noch überlegen, wie viel Feuchtigkeit ist da drin und das dann wieder abziehen, sonst habe ich nachher wieder zu viel Wasser drin und mein Beton wird nicht dicht genug. Ja, das ist eine Frage. Die Frage war, mit was für einer Präzision da gearbeitet wird und warum ich da diese Komma-Werte hingeschrieben habe. Mit was für einer Präzision die da arbeiten, hängt ganz von dem Werk ab. Vieles ist da auch schon durchautomatisiert und da sind die Präzisionen dann relativ hoch. Ich glaube, die gehen dann auch schon auf 100 Gramm. aber eher um Abweichungen zu ermitteln. Also da geht es dann, also ja, wenn man das nachher, also wenn man das irgendwann mal im Labor macht, dann wird man das nicht auf 100 Gramm. Weil so viel Einfluss hat das ja auch nicht. Ich muss mir dann ja auch irgendwann mal überlegen. Wir pinkeln da zwar nicht rein, aber am Ende des Tages machen wir halt Beton und da muss man sich halt überlegen. Also wenn ich jetzt wesentlich mehr Fließmittel reinmache, hat das natürlich einen großen Einfluss, weil da packe ich eh schon wenig rein. Das ist ein chemisches Mittel, was einen hohen Einfluss hat. Aber wenn ich da jetzt 100 Gramm mehr Kies reinpacke, wird das wahrscheinlich nicht so viel ausmachen. Generell habe ich da halt auch immer ein bisschen Schwankungen drin. Genau. So was wir jetzt noch machen müssten, wäre im Endeffekt Mehlkorn-Gehalt bestimmen. Also wie viel Feineinteile wir haben, darüber kann man sich dann zurückrechnen, ob der Beton wahrscheinlich pumpfähig ist. Spoiler, wird er wahrscheinlich sein. Und wir könnten jetzt noch die Rohdichte bestimmen, die wir theoretisch erreichen wollen und müssten und könnten die Werte dann, wenn wir den jetzt mal im Beton gießen, überprüfen. Wenn wir den Beton mal im Labor herstellen, können wir die Werte überprüfen und dann einfach mal gucken, lagen wir mit unseren Annahmen richtig, kommen wir nah da dran und passt das alles zusammen oder müssen wir an diesen Stellschrauben einfach noch ein bisschen drehen und meistens tut man das auch. Also meistens tastet man sich dann so langsam da dran und guckt, dass der Beton dann funktioniert. So und hier ist nochmal unser komplettes Rezept. Also wenn jemand Lust hat, das mal zu Hause nachzubauen für einen Kubikmeter, wenn ihr irgendwie eine Tiefgaragendecke braucht, dann wäre das jetzt quasi das Rezept, das Backrezept, um den Beton herzustellen. So, ich habe noch ein bisschen Quellen und weiterführende Materialien. Wer da Interesse hat, sich weiter einzulesen, also gerade auch zur Zementherstellung steht da noch was drin, wie da genau diese Hochöfen funktionieren, wie da gemahlen wird, wenn der Klinker dazugegeben wird, das hatte ich jetzt hier nicht drin, aber da gibt es sehr, sehr gute Ressourcen, denn diese ganzen Vereinigungen und Zementhersteller, die wollen natürlich, dass man Beton verwendet. Die hypen das total, die wollen hier alles mit Beton und alles mit Zement machen, das ist total super und deswegen sind die natürlich daran interessiert, dass man das versteht und dass man sich vor allem auch selber da weiterbildet, einfach um diese Stigmata aufzulösen und das Gute ist, dadurch kriegt man relativ gutes Infomaterial von denen, also zum Beispiel, ich möchte jetzt keine Werbung für Heidelberg Zement machen, aber die sind hier direkt um die Ecke und das verwenden wir auch bei uns an der Hochschule, das sind so kleine Heftchen und da stehen einfach nochmal diese ganzen Expositionsklassen drin und so und wenn man so einen Betonentwurf macht, dann kann man das alles da nochmal nachschlagen und nachgucken. In denen ist meistens nicht so viel erklärt, da sind mehr so Tabellen drin, aber hier Betonwiki zum Beispiel, Beton.org, da sind ganz viele Sachen ziemlich gut erklärt und aufbereitet und ja, das wäre es jetzt auch von mir. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Das war ein sehr interessanter Vortrag. Ich glaube, es haben sich auch Leute von der Mafia eingeschlichen, für Betonschuhe zu machen. Nein, kein Scherz. Q&A würden wir dann auf die Wiese verlagern. Genau, also ich wollte ja eigentlich noch über Spezialbetone ein bisschen reden, das wird alles ein bisschen zu lang, deswegen der Vorschlag, wir gehen einfach auf die Wiese und können da gerne noch ein bisschen drüber reden. Ich meine, ich bin ein Bauingenieur, eines der wenigen Klischees von Bauingenieuren, die ich erfülle, ist, ich rede gerne über Beton. Das ist in dem Fall jetzt euer Vorteil, wenn ihr noch was erfahren wollt darüber, würde ich sagen, gehen wir rüber, machen noch eine kleine Runde. Perfekt. Ja, ich bedanke mich für den Vortrag, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir haben jetzt eine Mittagspause, im Endeffekt. Habt noch einen schönen Tag heute. Danke. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.